Herzlich Willkommen, der Flo mal wieder hier. Ich starte einfach wild verschiedenste Projekte, wie du an den Charakteren hier auch wahrscheinlich siehst. Ich habe mich ja vor kurzem beschlossen, auf diesem Fulltime Gamer YouTube Kanal einfach mal alles zu bündeln, was mich interessiert, was mich ausmacht und so weiter und so fort. Und auch wenn ich den, du siehst hier den Paladin, den vor kurzem erst gespielt habe und auch eigentlich Spaß damit hatte, will ich für diesen Kanal mit einem WoW Retail Let's Play komplett von vorne anfangen. Ich habe ein bisschen experimentiert. Du siehst, ich bin auch nicht der Super Noob in dem Spiel. Gleichzeitig fühle ich mich aber als solcher. Wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Auch hier, um dich mal kurz abzuholen, ich sage es in anderen Videos öfter mal, ein komisches Knacksen im Hintergrund ist mein Stuhl. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, so wie ich. Und ja, der wird hoffentlich mal irgendwann ausgetauscht. Aber genug dazu. Musik läuft im Hintergrund, es ist nicht die WoW Musik. Ich habe eine eigene besorgt, die Playlist ist nicht besonders lang, aber sie kommen so ein bisschen in diesen WoW Style, an den WoW Style dran. Vielleicht muss ich sie in Zukunft noch ein bisschen leiser machen, das kann sein. Aber ansonsten sollte es eigentlich passen. Ich kann hier noch mal eine Stufe runter schalten. Ich will ja nicht, dass die Musik hier nervt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte mir auf einem Realm, auf dem ich noch nichts habe, komplett neu einen Anfang starten. Ich möchte mir, wie auch immer. Deswegen habe ich gerade einen alten Charakter, den ich da noch hatte, auf Level 10 auf Dunmora gelöscht und werde hier komplett neu verklicken. Ja, alles klar. Zurück. Dunmora. Wie auch immer man das ausspricht. Ich spiele übrigens ohne irgendwelche Addons. Ich habe einfach keine Ahnung davon. Ich möchte das Spiel einfach ein bisschen erleben, genießen. Auch wenn ich es ein paar Mal schon angefangen habe, wie schon erwähnt. Irgendwie muss es was Neues für den Kanal und für dieses letzte Day sein. So. Erstmal, was will ich spielen? Krieger kenne ich schon aus Mist of Pandaria. Jäger, nicht unbedingt. Magier habe ich noch nie gemacht. Vielleicht wird das irgendwann mein Projekt. Schurke hatte ich damals gespielt. Burning Crusade. Priest fand ich immer ganz cool, aber ich habe schon einen leeren Elfenpriest. Hier auf Level 60, glaube ich, oder waren es 70. Will ich erstmal nicht nochmal machen. Zumindest nicht als Ersten. Hexenmeister hatte ich getestet. Ist ganz cool, aber auch ein bisschen ausgelutscht gefühlt. Paladin hatte ich eben erst. Ich schwanke, ehrlich gesagt, um das Ganze mal ein bisschen abzukürzen. Rufa ist nichts für mich, glaube ich. Death Knight ist zwar cool, aber irgendwie fehlt mir da das Feeling dafür. Demon Hunter. Ja, schauen cool aus. Oder halt nur, was steht hier? Tank oder Nahkampf? Ich hätte gerne so ein bisschen Range mit dabei. Okay. Mönch sagt mir nicht zu. Deswegen bleibt es hier zwischen Droide und Schamane hängen. Und ich hatte in Classic, Cataclysm Classic, bin ich gerade noch an einem Let's Play auf einem anderen Kanal zu einem Schamanen. Finde ich eigentlich ganz cool. Und Droiden fand ich immer schon cool. Vor allem zum Heilen im PvP. Ich bin PvP interessiert, auch wenn ich ein Noob da bin. Jetzt müssen wir uns bloß entscheiden. Nachtelf oder was ist das hier? Draenei? Draenei? Draenei. Oder Wölfchen gibt es auf der Allianzseite. Und auf der Hordenseite gibt es die Taurin und die Rolle. Hör mal auf, hier rumzuschießen. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Lust als Bär oder so rumzulaufen. Deswegen nehmen wir uns einen Shami. Hat mir irgendwie gefallen. Wo blinkt's? Ork, Kuh, Troll, Goblin oder Bär. Und hier drüben Zwerg oder Draenei schon wieder. Hm. Die spannende Musik passt wunderbar dazu, Charakter auszusuchen. Warte mal. So. Nächster Song bitte. Trollschamane. Hm. Warkschamane hat vielleicht auch was. Ich finde es für die Kleider nicht so cool, aber... Da haben wir die Kuh. Troll. Hm. Hm. Es gibt noch so ein paar Vorteile hier. Wird wütend, Schaden erhöht, Widerstand gegen Betäubung. Begleitete Diener. Ich habe keine Diener als Charminer. Stampfen. Stamina. Bärserke. Angriffs- und Zaubertempo. Regeneration erhöht. Ja, könnte was sein. Also mal wechseln. Hier habe ich noch nicht freigeschaltet. Das ist ein bisschen doof. Irgendwas, was kein Schamane sein kann. Ja. Ein Zwerg. Zwerge sind zwar cool, aber ich weiß nicht, ob ich... ...so unblig auf der Allianzseite sein will. Ich schwanke. Ich schwanke. Wir nehmen Troll. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Troll zufrieden bin. Ich habe mich umentschieden. So. Hier. Das. Ich möchte doch ein Ork machen. Die haben wenigstens Schuhe. Das tut mir leid. Manchmal bin ich ein bisschen eigen. So. Und irgendwie finde ich... Ich schaue mal kurz, wie... ...wie so eine Orkin aussehen könnte. Ne, ich muss dich nicht nackt sehen. Äh... Ich mag das aus dem Typen. Auf geht's. Orks sehen einfach... Die haben irgendwie ein Facelift bekommen. Trollen sehen auch aus wie damals. Und Orks... ...aufrecht. Ja. Ich bin ein stolzer Schamane. Wir sind ein Hulk. Okay. Ja. Ich gehe jetzt einfach nochmal durch die Charaktererstellung. Ich hoffe, es wird nicht allzu lang und ich langweile dich nicht. Aber, wie gesagt, Troll hat mir nach zwei Minuten... Ich habe gezweifelt an mir und dann... Okay. Ne. Das kann sie nicht. Wenn das nach zwei Minuten sich schon nicht richtig anfühlt, dann lass es. Mach neu. Blau ist nicht gut. Das Dunkel ist ein bisschen zu böse. So ein gesundes Braun. Ja. Hier. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Ne, passt. Blatt will ich. Frisur. Ganz wichtig. Glatze. Nein. Falls ihr klacken. Jetzt ist die Lüftung. Ich glaube, die Family kommt nach Hause. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Stachel, nein. Irgendwas Schamanistisches. Klinge finde ich halt schon cool. Nimm die Klinge. Gesicht. Wie soll denn ein Schamane aussehen? Ne, der sah doof aus. Ich fülle den hier. Wohl, der hat so. Warte mal. Warte mal. Warte mal so Flecken auf der Nase. Naja, dann lasst die Flecken Flecken sein. Haar Farbe. Das Rote ist ganz okay. Ich will es auch nicht zu künstlich haben, irgendwie. Nein. Oh, dieses Geklacke. Sorry, ne? Der hat was. Der aber auch. Ne, das weiß ich hier. So. Warte. Schon viel. Ist gut. Hm. Das Dicht gefällt mir. Ups. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob die Zöpfe da... Das ist ein bisschen viel Zöpfe, ne? Ja, lass so. Augenfarbe. Erinnern sich sogar die Pupillen. Bist du verrückt? Lass den Blitz in seinen Augen sehen. Schon beide. Schmückelung. Schmückelung. Ist das noch Gesicht? So. Schmutz. Ohne hat was. Das hat auch was. Ne, das fühlt sich schamanisch an. Pass auf. So. Geschminkt. Ohne. 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 Eisen. Genau. Ohne. Ohne. Gold. Eisen. So ist gut. Tattoos. Und sterblich, weil Anke und so. Ach, Moment mal. Dann habe ich die ganze Scheiße auch im Gesicht. Dann so. Ja, das ist zu viel. Das ist mir zu viel. So, ich muss mal kurz was besprechen. Das ist zu viel. Das könnte gehen, wenn die Farbe passt. Ich glaube, das ist mir auch zu viel. Ich lasse das weg. Das lassen wir weg, meine ich. Ohne. Fertig. Aufrecht soll er stehen. Und dann. Brauchen wir hier. Shameful. Name ist gerade gelöscht vom anderen Troll. Der sieht cool aus. Nämlich. Hat auch echte Schuhe. Passt. Sakko. Und Insel der Verbanden, weil das hier. Ich weiß nicht. Hier kriegst du wenigstens ein bisschen Belohnung am Anfang. Oder? Sollen wir Oldschool machen? Bei den Orks war ich schon lange nicht mehr. Musst ja Pions kloppen und so, ne? Ich habe so oft diese ganzen Oger da verprügelt. Komm, lass Teil der Prüfung machen. Hier, OG und so. Woll, da steht ja der mächtige Ork. Ähm. Pack den doch mal. Hier oben auf die Favoritenliste. Ah, hier ist das anstrengend. Zack, das wird jetzt der Main. Sonst sollt ihr vielleicht in der Mitte stehen, oder? Da. Okay. Jetzt ist die Family zu Hause und ich glaube, es ist noch ein bisschen Kinderzeit. Deswegen mache ich hier einen Cut und packe das danach wieder in die Aufnahme mit rein. Ich hoffe, ich schaffe das nahtlos. Wir können vielleicht einmal noch kurz hier dieses Intro ablaufen lassen. Dann muss ich danach weitermachen. Geht nicht. Haben wir ein Disconnect? Da ich mir mit der Musik nach wie vor nicht sicher bin, erlaube ich mir, das hier zu muten und lese euch vor, wenn das okay ist. Der große Kataklysmus hat mehr zerschmettert als nur die Welt. Kriegshäugling Thrall, der wohl mächtigste unter allen lebenden Schamanen, hat sein Volk hinter sich gelassen, um dem Kataklysmus im Keim zu ersticken. Doch in seiner Abwesenheit ist der orkische Champion Garrosh Hellscream zum neuen Kriegshäugling der Horde aufgestiegen. Respektiert von den Orks wegen seiner siegreichen Schlachten gegen den Lich King, treibt sein gewagter Führungsstil doch allmählich einen Keil zwischen ihn und die restlichen Führer der Horde. Da Durotas natürliche Rohstoffe nahezu erschöpft sind, will Garrosh sich nehmen, was sein Volk zum Überleben braucht. Ganz gleich, wer sich ihm in den Weg stellt. Eine gefährliche neue Ära hat für die Horde begonnen. Und es ist an mutigen Orks wie euch, Garroshs Willen durchzusetzen und die Herrschaft der Orks zu sichern. Also, die Herrschaft der Orks sichern. Klingt vernünftig. Angriffsgrad und Intelligenz. Okay. Ja, wir haben jetzt hier einen Ork gemacht, der nicht so wirklich die geilen Boni hat. Von dem Volksding, sieh's glaube ich. Hier die Begleiter verursachte Schaden 1%. Da wird jetzt keiner durchdrehen. Da wird jetzt keiner durchdrehen. Aber es ist ein Bonus, den wir einfach gar nicht nehmen können. Vielleicht für so ein Elementar-Totem oder so. Aber naja. Na gut. Dafür haben wir weniger Stun. Und wir können hier die Intelligenz buffen. Nicht um 15, sondern 15 Sekunden lang um 1. Okay. Was ist das? Ah ja, okay. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall schaut der Ork so viel cool aus, dass ich da keinen Troll haben wollte. Fertig. Diskussion beendet. Also. Ich mache hier einen Cut. Verbringe jetzt noch ein bisschen Zeit mit meinem Nachwuchs. Und greife dann das hier wieder auf, sobald ich wieder zum Spielen komme. So, da bin ich auch schon wieder. Meine Stunde Sport bei den Kids gemacht. Der Papa die Wampe verliert. Wir haben nicht viel gemacht, außer Charakter erstellt. Charakter geröscht, Charakter erstellt. Und jetzt sind wir im Startgebiet der Orks und nicht auf der Start der Insel. Weil wir cool sind. Musik bimmelt so ein bisschen im Hintergrund. Wenn sie wieder nervt, mache ich sie aus. Und da sind wir bei Kaltwunk. Schaut auch nicht besonders fröhlich aus. Aber wir auch nicht. Aber cool sehen wir aus. Ich mag das Gesicht. So. Ist immer wichtig. Thrallhorn. Thrallhorn. Er sitzt am Feuer. Direkt hinter mir. Vorwärts zum Sieg. Schöne alte Kugelbergwelt. Wieder einer von Kaltungsrekruten, was? Das ist wirklich schlecht, um die Horde bestellt. Wenn das das Beste ist, was wir auf die Beine stellen können. Einerlei. Wenn ihr soweit ist und wir erkennen, dass ihr bereit seid, das Tal zu verlassen, werdet ihr ein stolzer Krieger der Horde sein. Ich kann das Erde nicht richtig aussprechen, falls ihr es so nicht gemerkt habt. Als erstes müssen wir euch ein wenig Selbstvertrauen lernen. Ich könnte euch ins Brachland auf die Kodujagd schicken, aber ehrlich gesagt nützt ihr uns lebend mehr als tot. Es wäre wohl besser, wenn ihr erst einmal die Eber abschlachtet, die es auf den Höfen nördlich und nördöstlich von ihr gibt. Tötet sechs schäckige Eber. Zug, Zug. Eine Sache weiß ich schon aus meinen anderen Aufnahmen. Ich hasse dieses Zielfenster hier. Da rechts unten, da kann ich nicht viel damit anfangen. Ich brauche den Gegner hier vor mir. Und Target auf Target können wir hier so hinpacken, würde ich sagen. Ja, passt. Speichski. Fool. So. Genau. Auf geht's. Das ist ein Oh-Shit-Button. Nee, eigentlich nicht. Nur so ein kleiner Buff. Ich packe mal hier hin, weil ich weiß, dass wir die Toten im Ziel brauchen. Diese Eber sollte ich töten. Die sind ja eh schon eingepfercht. Aber gut. Wir brauchen noch was zum Essen, stimmt's? Und wir haben nur einen Blitz. Was haben wir denn? Einen Streitkolben. Okay. Testen hier nochmal. Level 1. Schaden. 24. Jetzt mit dem Buff. 26. Okay. Hau mal. Hau mal drauf. Haben wir noch irgendwas anderes? Nicht, dass der mich jetzt killt hier passiv, ne? Ich glaube, ich bin gleich tot. Nee. Achso, ich bin schon fertig. Sagt das doch einer. Hatte ich vorhin schon erwähnt, dass ich ein Eleschami machen will. Ich glaube schon. Ich weiß auch nicht, ob ich es durchhalte, jede Quest so zu lesen, weil die meisten Quests dann doch eher so ein bisschen so fast schon hier aus der Nase gezogen sind, aber nicht schlecht, shameful. Aber lasst euch das nicht zur Kopfe steigen. Ihr werdet in eurer Karriere von schwierigeren Gegnern als Eber vor schwierigeren Gegnern als Eber stehen. Okay. Damit hat sich das Vorlesen erledigt. Ich bin kein Onkel. Trotzdem habt ihr euch bewiesen. Eure nächste Prüfung wird euch zu einem gefährlicheren Gegner führen. Deshalb benötigt ihr zusätzlichen Schutz. Deshalb bekomme ich einen Gürtel. Fashionista. Vorwärts zum Sieg. Sammelt 100 Vorlagen. Wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen gespielt, aber ich will hier das neue Erlebnis. Urtümlicher Schlag. Now that's important. Also. Ein sofortiger Waffenangriff, der sechs körperlichen Schaden verursacht und Mana kostet, by the way. Jetzt komm mal. Ist die Quest jetzt automatisch angenommen? Gut. Galga. Hier im Teil der Prüfung wird es ganz schön heiß. Galga wischt sich den Schweiß von der Stirn. Wenn ich doch nur ein paar Kaktusäpfel hätte, dann könnte ich meinen berühmten Kaktusapfel Surprise machen. Oder Surprise. Nichts kühlt dann schneller ab als ein Stück dieser leckeren Spezialität. Ich sage euch was, Schämefohl. Wenn ihr mir sechs Kaktusäpfel bringt, dann mache ich euch ein paar Portionen Kaktusapfel Surprise, die ihr mit auf eure Abenteuer nehmen könnt. Falls ihr daran interessiert seid, findet ihr Kaktusäpfel bei den Kaktuspflanzen, die hier in der Gegend wachsen. Oh, ich mag präzise Angaben. Kaktusäpfel. Bestimmt schon einer vorbeigelaufen, ne? Da ist was. Zack. Ein Zaktusapfel. Kaktusäpfel. Neun. Kaltusäpfel. Kaltusäpfel. Und da Speer der Nordwacht getötet. Leider habe ich die Quest nicht gelesen. Ihr seid nicht einfach ein weiterer Grünschnappel. Ihr scheint wirklich ein Schamane zu sein. Gut, denn das ist genau das, was ich brauche. Versucht es für euch zu behalten, denn ich möchte keine Panik verursachen. Aber es gibt noch weitere Berichte über Menschen in der Nähe. Das ist eine ungeheuliche Verletzung des Friedens, den wir mit dieser erbärmlichen Jaina Proudmoore ausgehandelt haben. Wir können keine Menschen hier in Durotar dulden. Erst recht nicht hier im Tal. Findet sie im Sünden. Tötet sie schnell, bevor es noch mehr werden. Bevor sie sich vermehren. Sorry, ich will hier gar nicht so aufgesetzt lustig sein. Wenn man sich da so ein bisschen reinliest, dann geht's einmal mit einem durch. Er schießt ja. Nicht mit dem Commander, Kollege. Mhm. Das werden eigentlich Kackdospflanzen. Was ist da los? Was ist da los? Und die Menschen mir meine Kaktussäcke klaut. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die sind ja Geister. Die sind jetzt alles schufen. Der kann keinen Cooldown. Easy. Nur Globlery. Okay. 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 noch ein bisschen leveln, da. Ich habe die gleiche level up. noch ein paar Kaktussis. Da hinten. Ich weiß nicht, wie lange die brauchen zum Spawnen. Ich probiere es mal aufrecht zu halten mit dem Lesen. Erfahrungsgemäß wird es mir dann irgendwann langweilig, wenn die Quests einfach nur, ja, wenn die keine schöne Story haben, wenn sie einfach nur so, oh, hallo, gut, dass wir da sind. Ich brauche Vorräte. Tötet acht Schweine. Das ist langweilig. Wenn ich das erkenne, lese ich es wahrscheinlich nicht vor. Mal schauen. Pass. Passt und jetzt schlagen wir noch ein paar Schweine für die EP. Passt und dann schlagen wir noch ein paar Schweine, für die EP. Dann schlagen wir jetzt jetzt schon zwei Punkte. Sehr gut. Ein Hint, ja. Jawoll. Area Loot, sehr gut. Ah, Flammen schock gelernt. Den habe ich ja auf meinem, auf dem anderen Kanal, den Shami von Cataclysm Classic. Da habe ich auch Shami gespielt. Das ist schön, dass es so vertraut wirkt jetzt. Sonst hätte ich halt keine Ahnung, ob ich das alles lese. Wahrscheinlich unterscheiden sich die Skills sogar ein bisschen, aber... ...wünsche nicht so schlimm sein. Schnell, präzise ausgeführt. Gute Arbeit. Halsberge der Talverteidigung. Ich muss euch zurück ins Feld schicken, Schamane. Ihr werdet notwestlich von hier viele Skorpide finden. Bringt mir acht ihrer Schwänze. Das Gegengift für ihren Stich wird aus dem Gift gemacht, das aus ihren Stacheln extrahiert wird. Wir halten immer große Mengen Gegengift für Skorpid-Gift bereit, um Neulinge wie euch zu heilen. Aber ich bin sicher, dass ihr nichts davon brauchen werdet, nicht wahr? Hab ich nicht gerade eine bekommen? Vorwärts zum Sieg! Schamanggürtel eins, zwei. Zwei, ja. So. Whatever. Wunderbare Schleimpfungen. Wie versprochen, habt ihr hier euren Kaktus-Apfel-Sypries. Und noch ein bisschen was dazu. Nice. Zähl die Frau. Zack. Und vier. Heilende Woge. Sehr gut. Die kommt auf die, ich glaube, Shift 4. Ist das der... Wenig Mana, wenig Heilung, lange Cast sind. Ja. Großknecht Tathril. Noctar. Verfluchte Pions. Sie arbeiten ja hart daran, Holz aus den Bäumen im Tal zu gewinnen. Aber sie machen ständig ein Nickerchen. Ich brauche jemanden, der dabei hilft, die Pions auf Zack zu halten. Ihr seht, wie geschaffen für meinen Aufzug aus Orgs. Hier, nehmt jetzt diesen Totschläger und lasst ihn auf allen faulen Pions tanzen, die ihr bei der Arbeit schlafend vorfindet. Ein ordentlicher Schlag wird sie schnell wieder an die Arbeit bringen. Bringt mir den Totschläger wieder, wenn ihr fertig seid. Haltet unter den Bäumen im Tal nach ihnen aus, verdammte faule Pions. Kraft! Ah, pennt doch einer. Work, work. Job's done. Ist gut. Alright. Haberakus. Ronin. Work. Kriege mit Haustier. Oh, ich habe auch ein Haustier. Mach das denn auch mit mir? Quatsch, man. Ich habe auch übrigens keine so coolen hier, weil ich irgendwie ein anders gelevelt habe, so cooles Equipment als Erbstöcke, wo ich dann so durchmorsch'n kann. Kann ich nicht mit denen. Wir machen das hier quasi von Null. Leder. Ja. Vollkommen wurscht, ne? Ey, Schuhe. Stoffschuhl. Ja komm, mach doch. Schöne Bandtöffelchen da. Oh, ein Crit. Neues Schild. Hä? Oh, ist das nicht bevorzugt? Das andere Schilder. Schilde. Hier. Mwahm. Je盡. Das kann ich. Boing. Facken, du bist. Fertig. Dann noch ein paar Pians. Nicht, dass die Mangelware sind hier. Kann ich eigentlich schon einen Mount nehmen? Hätte ich mal nur blöd gefragt. Level 10. Jetzt ist der wach. Weck dich mal hin, bitte. Ah, work, work. Ich glaube, das Holz muss ich auch sammeln. Was ihr wolle. Da pennt wieder einer. Nicht aufwecken, den. Nein. Alles klar. Wer hat denn noch Schlafstand in den Augen? Deswegen ging es. Ich beschäftige mich. Ich bin außer Reichweite. Es ist gut. Alright. Jägerlehrer. Schurke. Was sind da alle? Die braucht man auch gar nicht mehr. Die braucht man ja auch gar nicht mehr. Was braucht ihr? Seid gegrüßt. Lebt wohl. Okay, das ist Star Wars Musik. Der Panzer eines Skorpids ist nicht so dick, dass die Stärke eines entschlossenen Kriegers davon abgehalten würde. Schlagt hart und ohne Zögern zu und die Skorpide werden leichte Beute abgeben. Es gibt eine wichtige Lektion, die ihr aus dem Kampf mit Skorpiden lernen müsst. Die kleinsten oder größten eurer Feinde können euch ins Verderben schicken. Ein heftiger Kämpfung kann euch viel zum Strauchen bringen. Ich habe euch nichts mehr beizubringen, Shameful. Ihr habt euch gut geschlagen und ich werde eure Fortschritte mit Interesse verfolgen. Giftbefleckte Hose. Schön. Gut gut. Vielleicht werden sie es in Zukunft zweimal überlegen, bevor sie wieder nachlässig werden. Ich danke euch für eure Hilfe. Seid sicher. Kraft und Ehre. Ich denke, das Teil der Prüfungen wird euch viel lernen, Schamane. Man hat mich eigentlich ins Tal geschickt, um euch anzuleiten, aber ich habe dort eine sich ausbreitende Besudelung entdeckt. Ein Anhänger... Wer bist denn du? Sarita Fernblick. Ein Anhänger der brennenden Klinge, ein widerwärtiger Kult von Dämonen und Anbetern, hat hier im Teil der Prüfung in sein Lager aufgeschlagen. Er lungen dann an der Höhle im Norden herum und seine üblen Familiare kriechen daraus hervor, um Chaos anzurichten. Als erste Aktion gegen die brennende Licklinge bitte ich euch, diese Familiare zu vernichten. Tötet so viele ihr könnt und falls ihr überlebt, kehrt zu mir zurück. Ein paar Flütenband möchte ich jetzt auch nicht hören, danke schön. Verkaufen wir den Trash. Das hier auch. Für die Horde. Keine Post. Wo ist denn der? Da ist noch was. Wie geht's denn so, Mann? Hey Mann, mach mal eine Pause und hör mir zu. Wir haben ein Problem. Hanna Sua, ein guter Freund von mir, ist ins Tal hinausgegangen und nicht wieder zurückgekehrt. Als ich ihn das letzte Mal sah, ging er nach Norden, wo die Skorpide jagen. Wo die Skorpide jagen. Vielleicht könnt ihr nach ihm suchen gehen. Die Geister haben mir gesagt, dass es ihm nicht gut geht. Sprech. 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 Aha. Da hinten sind Fragezeichen. Komm ich da irgendwie hin? Was haben wir denn hier? Ausdauer. Ah ja. Immerhin. 10 HP sind das, ne? Erhöht die Gesundheit um 140. Das sind zwei Punkte. Let's mal gucken. 140. Tatsächlich. Bam. Sarkoth. Schamane, ich dachte schon, ich müsste hier draußen sterben und niemand würde es bemerken. Auf der Jagd nach den Skorpiden des Tals stieß ich auf ein besonders heimtückisches Exemplar. Ich stürzte mich auf ihn und konnte seiner Schere einen ordentlichen Hieb versetzen, bevor er sich um mein Bein verschloss. Ich hatte jedoch nicht mit seinem Stachel gerechnet, der auf meine Brust niederfuhr, sich in meinen Fleischgrub und großen Blutverlust verursachte. Bitte, ihr müsst den Skorpiden für mich töten. Meine Ehre darf nicht besudelt werden. Da oben auf dem Plateau im Süden habe ich gegen ihn gekämpft. Auf geht's. Stufe 5. Totem der Erdbindung. Ich habe diese leider noch nicht die Totem-Kombinationen drin. Äh... Was? Ich kann das so platzieren? Das ist auch eins, das ich einfach neben mir platziere. Aber gut. Dann muss ich es vielleicht woanders hin tun. Dann sollte es einen Control-Button bekommen. Control 6 erstmal. Fühlt sich nicht so, als wäre es wichtig jetzt gerade. Fühlt sich eher ein PvE-Ding... äh, PvP-Ding an. Obwohl es halt wie eine Karst du bist, auch nicht verkehrt ist. Pack's mal auf die 5. Ah, mein Vater sagte immer, aus mir würde nie etwas werden. Ich fürchte, so wie ich hier unter dem Baum liege, während mein Leben mir zwischen den Fingern zerrinnt, sieht es aus, als hätte er recht gehabt. Ich wünsche mir nur, mit dem Wissen sterben zu können, dass mein letzter Feind in diesem Leben tot ist. Mein Schlag war nicht stark genug, um ihn zu töten. Aber wenn ich mir den Schaden ansehe, den ich verursacht habe, macht es mich doch ein bisschen stolz. Mit diesem bisschen stolz muss ich mich zufrieden geben, wenn ich sterbe. Doch an diesem Licht betrachtet erfüllt mich die kurze Liste meiner im Leben erreichten Leistungen mit Wut. Zu sehen, was ihr für mich getan habt, gibt mir neuen Mut. Ich kann mich nicht, ich kann nicht so einfach fallen, ich muss durchhalten. Aber es ist immer noch so, dass ich die Reise zurück in unsere Siedlung nicht ohne Hilfe bestehen werde. Bitte, Shameful, kehrt zurück und berichtet Gornik von meiner Situation. Vielleicht kann er mir helfen. Ja, okay, aber jetzt muss ich erstmal diese kleinen Kobolde da erschlagen. Wartet doch mal auf mich. Wartet doch mal auf mich. Wartet doch mal auf mich. Was ich nicht ganz kapiere ist, wenn ich diesen Dot drauf setze, dann ist das Symbol über dem, über dem Namen, aber nur abgeschnitten. Ist das normal, oder? Gehe ich irgendwas nicht. Also hier, so halb. Wieso? Machst du auch einfach kleiner, oder? Wieder zurück. Da müssen wir da glaube ich zweimal noch rein, um die Quest fertig zu machen. Das ist Wahnsinn, wie lang das her ist, weil hier war ich schon wirklich lange nicht mehr. Auch in meinen anderen Playthroughs und angespielten Charakteren eigentlich nicht wirklich. Ich habe mir die Starter-Insel gemacht, seit sie da ist, glaube ich. Fast immer. Aber das hier hinten habe ich doch damals vor X Jahren ein, zwei, dreimal gemacht. Bleibt einfach hängen. So wie ich. So, Syritha. Das habt ihr gut gemacht, Shameful. Die geländen Familiare waren zwar nur Schoßtiere der dunkleren Mächte der brennenden Klinge, aber euer Sieg über sie lässt mich ahnen, dass noch größere Taten folgen werden. Garstige Schiebeinschoner. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Durch meine Visionen sehe ich einen mächtigen Gegenstand, ein Medaillon, tief im Coven der brennenden Klinge, bewacht von Monstern und schwarzer Magie. Wir müssen es haben. Diese Dämonenanbeter haben unsere Heimat schon zu lange entweiht. Läutert den Coven von seiner dämonischen Verderbnis, indem ihr die Teufelsbestien und ihren Anführer tötet. Kehrt mit dem Medaillon als Beweis eurer Tat zurück. Geht, Shameful. Ihr werdet den Coven in einer Höhle nördlich von hier finden. Ich habe gerade garstige Weinschützer bekommen und jetzt kriege ich sie gleich nochmal. Ich verstehe es nicht. Eurer Beschreibung des Biesten nach muss es sich um Sarkoth handeln. Kein Wunder, dass Hanna Sua von ihm besiegt wurde. Ihm wird sofort Hilfe geschickt. Kümmert euch nicht weiter um Hanna Suas Situation. Ich muss jedoch sagen, dass ich davon beeindruckt bin, dass ihr Sarkoth getötet habt. Das ist eine Tat, auf die man stolz sein kann. Shameful. Passt zum Namen. Und dass ihr über die Ehre eines anderen gekämpft habt, dass ihr für die Ehre eines anderen gekämpft habt, obwohl andere Aufgaben eurer Zeit in Anruf nahmen. Mehrt. Eure eigene Ehre. Sehen wir bald ganz cool aus. Da gibt es noch eine Quest. Shameful, ihr seid ein Ork, auf den man sich verlassen kann. Würdet ihr wohl eine weitere Aufgabe für mich erledigen? Vor einiger Zeit suchte ich in einer Höhle im Norden nach Mineralien und vergaß dort meine Lieblingshacke. Als ich später dorthin zurückkehrte, hausten tückische Bestien in dieser Höhle. Würdet ihr diese Höhle aufsuchen? Es ist der Kurven der brennenden Klinge. Und meine Hacke holen? Ich habe sie in einer Kammer mit Wasser fällen gelassen. Meine Hacke ist verzaubert, daher könnt ihr sie im Dunkeln sehen und müsst euch keine Sorgen machen, wie ihr sie findet. Nur diejenigen, die sie bewachen, müsst ihr fürchten. Ich nerv die Musik, die da läuft. Ich mache die einfach mal aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Lass mich wissen, wenn es dich stört oder wenn du es gut findest. Gerade eben finde ich es nicht so geil. Ich hoffe, ich habe keine Quest vergessen. Ach, haben wir übrigens irgendwas kommen hier im Sinne von Skill. Neuer Passivfall-Effekt. Verringert die Zauberzeit vom Blitzschlag um 0,5 Sekunden. Ha. Cool. So. Bevor wir jetzt in diese gruselige Höhle gehen, wo die ersten Teufelspirsche auf uns warten, muss ich mich für heute schon wieder verabschieden. Aber mir macht es komischerweise ziemlich viel Spaß. Das Vorlesen geht ein bisschen auf die auf die Stimmbände auf den Hals. Wie gesagt, mal schauen, wie lange ich es durchhalte. Und wenn dich das auch nervt, sagt Bescheid noch. Gut. Dann setzt sich Shameful hier mal hin und macht Feierabend. Und ich auch. Ich wünsche dir was und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Da ist es. Vielen Dank.